ja Leute es ist mein erstes Video auf dem iPad und zwar möchte ich heute heute die mobile Datennutzung die möchte ich euch zeigen das ist im Prinzip wie viel das man verbraucht hat von seinem monatlichen Tarif dazu geht einfach in die Einstellungen am Anfang denkt man natürlich ist unter mobile Daten ist aber nicht das sind nur andere Sachen die sind unwichtig dann könnte man meinen ist unter Netzbetreiber ist auch nicht es ist nämlich unter allgemein Benutzung und unten unter mobile Datennutzung dort sieht man wie viel Megabyte, Kilobyte, Gigabyte man verbraucht hat und ja die Statistiken kann man auch ganz einfach zurücksetzen klickt man einfach drauf und dann auf zurücksetzen sind dann komplett zurückgesetzt und jetzt deaktiviere ich einfach mal diesen WLAN um euch das zu zeigen gehe ich raus ich öffne dann einfach mal die Speedtest App das kann ein bisschen dauern ich habe nicht unbedingt schnellste Netz so jetzt macht ihr erstmal mein Ping der ist natürlich bei mobilen Daten sowieso nie so schnell wie normal und ja ziemlich langsam uns runterladen auch ziemlich langsam es gelangte aber schon ich gehe wieder in die Einstellungen wieder unter allgemein Benutzung mobile Daten Nutzung und dort kann man jetzt schon sehen die Zahlen sind wieder drauf gegangen das heißt es funktioniert einmal frei und ja ich setze nochmal zurück und so viel Wasser ist schon dazu also ganz einfach unter allgemein Benutzung und mobile Daten Nutzung und ja das war's schon ich sage wie immer danke fürs Zuschauen bitte bewerten kommentieren und abonnieren ciao